Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in St. Aposteln zu unserer heutigen Sonntagsmusik, heute am zweiten Advent und gleichzeitig am Fest des Heiligen Nikolaus. Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir ab heute wieder reale Konzerte, öffentliche Konzerte veranstalten können, aber leider hat es in dieser Woche neue Instruktionen gegeben, die uns das Durchführen von geistlichen Konzerten komplett verbietet. Insofern werden wir auch die nächsten Wochen hier die Sonntagsmusik online gestalten, feiern und leider betrifft das auch alle anderen Konzerte, die im Dezember geplant waren. Informieren Sie sich bitte immer bei unserer Homepage www.sanktaposteln.de, ob es diesbezüglich Neuerungen gibt. Heute singt für Sie unsere Choralschola von St. Aposteln, zumindest ein Teil der Choralschola, mit Repertoire aus dem Gregorianischen Choral für die Adventszeit. Es geht vor allen Dingen um die Intruiti, also den Einzugsgesang der jeweiligen Messen an den vier Adventssonntagen und wir haben das Ganze ein wenig aufgefüllt mit einem Graduale, also einem Stück, was zum Zwischengesang in der Heiligen Messe gesungen wird und wir haben zwei Stücke, die zur Kommunion gesungen werden, für Sie ausgesucht. Alle Texte deuten hin auf das Kommen Jesu Christi in der Krippe und Sie werden in der Chronologie wahrscheinlich merken, dass sich die ganze Musik und das ganze musikalische Erleben steigert hin schon zum Weihnachtsfest. Ich darf Ihnen sehr viel Hörgenuss wünschen und hoffe, dass Sie auch nächste Woche dann wieder hier online mit uns die Sonntagsmusik begehen. Bis dahin einen schönen zweiten Advent und bleiben Sie gesund. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kaube, Kaube, in amore, nasceru te Israele. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020